Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft wie Hunger Games. Wir spielen hier im Together wieder einmal auf den Minecraft PvP 150er Slot Servern. Mit dabei sind Bloxplay, Cuddle Media und, ähm... Das war's eigentlich auch. Pixar-Architekt, ja. Ja, genau, Cuddle Media. Und es geht gleich los. Ich bin unwichtig. Wen hab ich vergessen? Media Melon von Paul. Äh... Macht ihr überhaupt nichts? Paul von Media Melon. Oder ist der einfach nur hier so im Channel? Okay, es sind noch 8 Sekunden, Leute, ne? Was? Leute, ich bin noch 300 Meter weg. Ja, du bist jetzt wieder hin teleportiert. Also unser Ziel, Pixel nochmal an dich. Versuch irgendwie ein paar Pilze zu kriegen und jetzt ist das Out of Liberty. Super. Siehst du ja mit der Mini-Map, welche Richtung du gehen musst. Ganz wichtig ist ein paar Pilze und vor allem Holz. Ich hab da hinten. Und, äh... Leck total. Ich hab da erstmal in den USA und das Ding. Ja, es leckt immer am Anfang total rum. Ja, nicht? Das ist Standard. Du musst halt einfach ein Seed mitnehmen, wenn nicht. Ich probier auch mal hier so ein Seed mitzunehmen. Was hab ich denn? Ich hab ne Pressure Plate und... Gravel und ein Kompass. Und ich bin hier einfach zwei Höhle gesporen und ne Block. Na, geil. Das hängt super an. Ja, ich mach mal einen scheiß Sound drauf. Alter, was ist das? Ich hab ein Seed, ne? Ja, okay, perfekt. Dann einfach zum Treffpunkt rennen und auf dem Weg noch Holz abbauen. Ja. Das ist wichtig, dass wir ein bisschen Holz haben. Ach, warum bin ich in der Höhle? Okay, der Schörer leckt nicht mehr so doll, ne? Finde ich. Also, als die ganzen anderen. Also, ist gar nicht so schlimm, finde ich. Der leckt unglaublich. Bei mir nicht. Ich kann Holz nicht aufsammeln. So, ähm... Aber es geht in einer Minute auch schon los. Wir sollten uns dann allein in der Höhle treffen. Jeder sollte so etwa für ein Holz dabei haben. Ich hab sechs. Wer ist schon im Sumpf, Bion? Ich hab die Arschkarte. Ich bin einfach in der Höhle gespawnt, weil ich Out of Memory hatte. Ja, okay. PIXALS, ich denke mal hinter dir. Oh Gott, nein, weg. Wie viele Meter sind's bei euch noch? Du weißt, was wir ziehen machen, ne? Okay, dann... Ich muss jetzt durch den Dschungel. Das wird witzig. Ah, bist du hässlich. Ja, das ist nicht mein Skin. Ja. Komm mit. Ja. Leute, chillt doch mal. Alles ist gut. Alles wird gut. Das ist halt Kaddel, ne? Wieder mal ne Hunger Games Folge seit langem. Oh Gott! Scheiße, hier ist schon mal. Oh, ich hab keinen Fallschaden gekriegt. Nee, das kriegt man noch nicht. Das bekommst du erst später. Alter, das ist fähig bei mir. Das ist ja mega peinlich. Ja, okay. Ich glaub, du bist die gleich. Oh, ne Katze. Ich grabe mich jetzt mal so durch ein paar Steine. Katze verbrennt. Ja, okay. Ich verbrenne. So, hat einer von euch schon ne Spitzhacke gemacht? Ne Holzspitzhacke? Alter, ernsthaft? Ich bin noch gar nicht da. Und ich hab 6 Holz. Sehr schön. Ich bin im Sumpfbiom. Ja gut, ich bin auch schon im Sumpfbiom. Ähm, seht ihr mich schon oder seid ihr schon? Ja, ich seh dich. Das ist eigentlich noch Treffpunkt, oder? Ich seh deinen flatternden Umhang im Wind. Ja, mein schön. Ob die Feincapes so. Ich mach schon mal ne Workbench und mach schon mal ne, ähm, Holzspitzhacke, ja? Ja, und, ähm, am besten auch schon mal ein paar Pilzsuppen, weil unser lieber Kalle, der wird, glaub ich, nicht so gut am Anfang mit diesem Kit. Kann nicht mehr rennen. Also er hat zurechtkommen. Jo, ich glaub auch nicht. Hier bin ich. Oh Gott. Oh, ganz schön dunkel, ne? So, ich mach dir jetzt erstmal, ähm, hier ne Hoe, ja? So, nimm mal die Hoe, bitte, und Pixelarchitekt, die Hoe bitte nicht aufsammeln. Und du machst jetzt so ein Stück Erde, ähm, hohst es, hackst es mal ab, und dann machst du da die Siezen und pflanzt es immer nach. Das kannst du auch ruhig hier unten machen, mach das doch ruhig hier unten. Ja, ich seh kaum was. Ja, warte, ich mach gleich Fackeln. Dann aber hier was. Jetzt mach halt ganz viel Weizen, immer links, links klick, rechts klick, links klick, rechts klick. So, hast du schon Koppel? Ja, hab ich. Gib mir schon mal drei Koppel. Ich, warte mal, ich mach mir jetzt erstmal hier Fackeln, dann muss ich noch mehr Koppel farmen. Oh Gott, was mach ich hier, meine Güte, so. Oh, ich muss nicht so viele Steine graben. Das ist ja relativ einfach. Ja, und das machst du jetzt ganz schnell, das kann man richtig, richtig, richtig schnell im Hintergrund haben. Ist gar kein Sieg mehr da. Hm? Äh, ich hab elf. Ja, achso, du hast alle aufgesammelt. Ja, sorry, hier, da. Weil wir brauchen gleich richtig, richtig viele Brote. So, gib mir schon mal ein paar Steine. Ja, Moment, ich mach mir jetzt auch noch einen Steinspitzhack und dann geb ich dir so. So, eins, zwei, drei. Ich glaub, ich schmerz. Komm. Ich mach schon mal hier Brot, ich verreck gleich. Ja, mach das mal. Dann will ich jetzt echt nur wer drei? Na, egal. Ja, ich bin ja doch da, aber ich, äh, wie gesagt. Ich hab mich grad schon über 20 Storys drauf. Ah, ich hab mir die Seats so mingelegt. Sneak dich mal. Ja, sneak dich mal, sonst sehen die anderen uns. Das ist nicht schön. Yum, yum, yum. Ja. Ja, genau, und das machst du, das machst du wirklich klasse. Das machst du ganz fein. Ja, ich glaub, ich kauf mir das auch mal. Dankeschön, dankeschön. Das war richtig Spaß, Mann. Ein Lob von dir ist mehr wert als ne Einzelmatte. Als ne was? Ne Einzelmatte. Achso, ich hab Einzelnote verstanden. Ah, ja. Okay. Ja, neudob hat das Kit auch, ne? Keine Ahnung, was neudob hat. Neudob hat viel. Neudob ist mir egal. Ach, du Scheiße, ich wollt noch... Oh, Skelett. Egal, ihr habt... Ich bin gestorben, aber... Durch was denn? Ja, jemand hat mich nach oben geportet. Oh, wir haben hier ein Endermatch. Ernsthaft? Okay. Ja, aufpassen. Pixel, Achtung. Komm, die wird jetzt... Nein, okay. Da oben ist er, ich geh den jetzt angreifen. Was hatte der so alles? Der hatte, glaub ich, nur ein Holzschwert. Oh, oh, hier battlen sich grad welche. Warte, ich mach die, die sich hier grad battlen, jetzt mal so richtig schön down. Ich komm mit. Oh, der hat ein Steinschwert. Scheiße. Komm, 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 stirb, 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 stirb. Egal, der hat mich, der hat mich... Nein, der hat mich nicht. Okay. Scheiße, da kommt noch ein... Oh, Scheiße. Mal plätte den, ich hab kein... Ich hab keine Leben. Boah, das ist... Das ist Darkwing Duck, Alter. Plätte den. Nicht im Ernst. Wieso rennst du weg wie so eine fucking Pussy? Weil ich nur noch ein Herz hatte. Ich hab nur noch ein Herz, ich bin doch um der Play. Ja, was, du hattest doch volle Herzen. Ja, bei mir ist auch mega gelackt. Und... Ja, das liegt, glaub ich, bei jedem hier so. Oh, das grüßet mich jetzt darüber hinweg, Mann. Ja, ich hab's überlebt. Boah, aber... Alles gut, alles gut. Es sind nur 300 Krieger gefallen. Drum sie play, lebt doch. Lulululu. Und ich bin jetzt auch tot. Und so endet eine glorreiche Folge im Land. Hör doch mal auf, Mann. So, egal, soll ich weitermachen? Nein, stirbt bitte. Ja, okay, dann geh ich jetzt so Jagd machen. Dann mach ich jetzt Jagd. So. Mach ich jetzt hier schöne... Geh ich mal ein bisschen auf die Jagd. Wieso müssen immer die Vollidioten... Ja, du bist auch tot, ne? Ja, niemand hat mich nach oben gebrötet. Ich bin kein Vollidiot, ich meine... Was kann ich denn dafür? Aber ihr habt bestimmt noch ein bisschen hier... Brot. Ei, hier, hier, Berndu. Ei. Ach, schade, Mann. Das hat grad so viel Spaß gemacht, Brot zu erzeugen. Glaub ich dir. Alter. Warum sammle ich die Pilze nicht auf? Hier will die Pilze haben. So. Ja gut, ich geh jetzt mal auf die Jagd mit ein paar Pilzsuppen und Schwert und Broten und so. Dann guck ich mal, wie lange ich über... Oh, da ist einer. Ja, komm her, du Kleine. Komm her, du Kleines. Dingchen. Endermatch kostet, glaub ich, 4 Dollar oder so. Oder 3 Dollar. Weiß ich grad gar nicht so auswendig. Da, da, da. Ich meine, ich brauch unbedingt Brot. Höh, Lava. Ich brauch unbedingt Brote. Na gut, dann machen wir gleich neu. Das hat manche gar nicht so gerne Hangegames, weil es ist wirklich unglaublich aufwendig, sowas zu machen. Weil wenn man einmal stirbt oder so, kann man es ja auch nicht gerade hochladen. Weil sowas will keiner sehen. Ach, hörst du dich mal auf? Doch, doch, ich nehm noch auf. Ja, ja. Ich zieh das jetzt so oberirdisch durch, damit es noch einigermaßen interessant ist. Ich werde jetzt nicht in die Hylogien und Eisen farmen, sondern hier einfach mal oberirdisch so ein bisschen aktiv bleiben. Und mal schauen, wie viel Eisen ich noch so aus anderen Leuten rausziehen kann. Mit der machte es Endermatches. Endermatches. So, weg, weg. So, komm her, du gutes Brot. Ja, du bist ein feines Brot. Das hat wirklich echt richtig Spaß gemacht, ne? Ja, finde ich auch. Und dann so. Oh, Hallöchen. Komm her, du. Komm, stirb, 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 stirb. Nein, du wirst mich jetzt nicht... Oh, Mann. Ja, so. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, das lade ich... Ja, das lade ich hoch. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich dann morgen oder übermorgen. Ja. Ja. Und rein.